Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 183. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Erstmal vielen Dank für die Kommentare und den Zuspruch zur letzten Folge. Da hatte ich ja vom Bahnhof, vom Bahnsteig aus erzählt, dass ich da ein bisschen Twitter-Streit hatte mit jemandem, der sich über Suizidgedanken gemacht hat bei Twitter. Und auf meine Reaktion dazu gab es, wie gesagt, diversen Zuspruch von mehreren Leuten bei Twitter und auch im Blog. Lars hat da ein paar Sätze zu geschrieben als Kommentar. Vielen Dank dafür. Und ja, das hat mich sehr gefreut. Dann gab es auch noch irgendwie die Frage, Mike hatte geschrieben aus der Schweiz, dass er Jörn Schaars feinen Podcast nicht mehr bei Apple, also über iTunes abonnieren kann. Das kann immer mal sein. Ich habe ja einen iTunes-Paten, der mein Feed dankenswerterweise da eingetragen hat und das heißt, ich habe also nicht so richtig eine Kontrolle darüber oder ich merke nicht, wenn der rausfliegt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt mitkriegt, aber ab und zu bin ich bei iTunes nicht erreichbar. Ich rate jedem dringend dazu, Jörn Schaars feinen Podcast nicht über iTunes zu abonnieren, sondern direkt den Abonnieren-Button zu benutzen auf Jörn Schaars feiner Seite, also auf dem Blog zum Podcast. Das funktioniert ganz sicher und iTunes funktioniert eben nur manchmal. Also da, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Dann gab es auch diverse Tipps für die Autosuche, unter anderem von Benni, meinem High-Alarm-Podcast-Kollegen. Vielen Dank, der sagt nämlich, dass der A4 überraschend schmal ist und dass man da doch weniger Platz drin hat, als man denkt. Wichtiger Sicherheitshinweis. Und Sönke hat auch noch ein paar wichtige Tipps gegeben, nämlich zum Beispiel, dass das Drehmoment viel wichtiger für die Frage des Wohnwagenziehens ist, als die reine PS-Zahl. Wusste ich vorher auch nicht. Das hilft ganz enorm. Und dann kamen wir noch so ein bisschen in Schnacken über Telegram, dass Autos beispielsweise in NRW ja deutlich günstiger sind. Und ist auch tatsächlich so, also ich habe ein Auto, also wenn ich so meine übliche Konfiguration eingebe bei den Suchportalen, bin ich in Schleswig-Holstein schnell so bei 10.000, 12.000 und kriege aber durchaus auch aus NRW dann auch vergleichbare Angebote, also vergleichbare Autos für 2.000, 3.000 bis zu 4.000 Euro weniger angezeigt. Und das ist natürlich ein Wort, also da müsste ich dann doch vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht da hinfahren will, mir einen Tag mache, wo ich drei oder vier Geschichten angucke und dann eins davon vielleicht mitnehme. Das Problem ist, ich wüsste nicht, wann ich das machen sollte. Das ist im Augenblick die Sache, denn der Passat, der soll jetzt also langsam wirklich mal weg, aber ich habe noch gar nichts in Aussicht, was andere Autos angeht. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Kriegen wir alles noch hin? Ich habe dann kurz überlegt, als ich das so gesehen habe, vielleicht könnte ich mich, wenn alle Stricke reißen, wenn überhaupt nichts mehr funktioniert, dann mache ich einen Kfz-Importhandel auf. Ich kaufe günstige Autos in Nordrhein-Westfalen auf und verkaufe sie dann teuer in Schleswig-Holstein weiter. Das wird super. Funktioniert bestimmt auch ganz hervorragend. Ja, was war noch? Also die Woche war relativ ereignislos. Gestern Abend am Samstag war ich beim Wrestling in Husum, war ich ja schon mal im März mit einer Kollegin im Messe- und Kongresszentrum. Quatsch, im Nordsee-Kongresszentrum heißt das ja hier in Husum. Und da war es ja schon sehr absurd. Jetzt war also die Neuauflage in einer kleineren Location im Husumhus. Das ist so ein Kulturzentrum der dänischen Minderheit. Und da hatten sie jetzt also einen Wrestling-Ring aufgebaut, auch viel zu viele Stühle reingestellt in die Halle. Also da war ganz wenig Platz nur am Ring und die mussten schon sehr genau aufpassen, dass sie nicht irgendwie aufs Publikum drauffallen, wenn sie aus dem Ring stürzen. Und ja, also ich muss sagen, ich war ziemlich unzufrieden. Also erstmal hat die Karte doppelt so viel gekostet wie beim letzten Mal. Und dann war es auch nur, ja es ging um sieben los, kurz nach sieben haben sie angefangen. Dann gab es fünf Kämpfe insgesamt vor dem Hauptkampf, eine viertelstündige Pause und nach zwei Stunden war die ganze Geschichte vorbei. Also eine Stunde 45. Und dann eine eher mittelmäßige Show. Also der Hauptkampf war halt ganz okay, das war wirklich unterhaltsam. Der Rest, ja Gott, also das habe ich schon mal besser gesehen. Und der angekündigte Piratenkampf hat auch nicht stattgefunden. Das hatten wir, wenn ihr da mal reinhören wollt, in die, ich glaube 147 oder 143, keine Ahnung, verlinke ich in den Shownotes von Jörn Schaas für einen Podcast. Das endete ja damit, dass Karst Kretschmer Chaos den Anführer aller dänischen Wrestler besiegt hat. Und Chaos hat ihn herausgefordert zu einem Piratenkampf. Bei dem die Kontrahenten an den Handgelenken zusammengebunden werden und dann kämpfen sie, weiß ich nicht, bis einer ohnmächtig ist oder was, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, das hat nicht stattgefunden, wohl weil Kretschmer verletzt ist und der andere keine Zeit hat. Und dann war es, also ich weiß nicht, ob das jetzt die B-Truppe war, die sie da aufgefahren haben, aber es war nicht so cool. Und vor allen Dingen war es das Geld nicht wert. Also wollen wir ganz ehrlich sein, das war ziemlich frech. Was allerdings ganz witzig war, im Publikum saßen ein paar Typen, also irgendwie drei Jungs und eine Frau, die mordsmäßig Stimmung gemacht haben. Die haben die ganze Zeit rumgeschrien und rumgepöbelt und haben wirklich sehr, sehr lustige Sachen reingerufen, haben wirklich sehr gelacht. Die haben richtig für Stimmung gesorgt, das war ansonsten, wäre das eine ziemlich lahme Veranstaltung gewesen. Also es hat richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr gut. Und die waren wirklich das Highlight an dem Abend, muss ich einfach sagen. Mal gucken, ob die nächste Veranstaltung dann wieder, ob ich mir das nochmal gebe, ich weiß es nicht. Oder ob ich mal nach Kiel versuche, zum Wrestling zu fahren. Da gibt es ja auch einige Veranstaltungen, die sind immer legendär schnell ausverkauft. Und da ist die Stimmung wohl von der ganzen Halle. Also mir wurde erzählt, dass das Publikum da insgesamt sehr viel stärker mitgeht. Und das wäre vielleicht dann noch so eine Show, da hätte ich vielleicht mal Bock drauf. Ja, und ansonsten habe ich gar nicht viel mehr. Morgen ist wieder viel zu Frühdienst, wie inzwischen jeden Montag. Ich habe fest vor, mit Blick auf die Verspätungsankündigung der Deutschen Bahn, das kann ja sein, dass wegen der Bauarbeiten einzelne Züge nicht fahren oder ausfallen oder sich die Fahrzeiten verändern. Ob ich vielleicht eine Stunde früher fahre. Ich habe auch genug zu tun, dass es gerechtfertigt wäre, eine Stunde früher im Büro zu sein, im Zweifelsfall. Ich weiß das noch nicht, muss ich mal sehen. Ach so, eine Geschichte. Ich mache ja immer gerne so ein bisschen Experimente, wo ich Sachen probiere. Und ich habe jetzt mit einem Kollegen einen kleinen, will nicht sagen, Vergleich gemacht. Wir haben, also ich habe jetzt im Studio haben wir seit ein paar Monaten einen neuen Kollegen, der sehr gerne Mate trinkt. Und da habe ich dann, das ist so ein bisschen so ein Anknüpfungspunkt, weil ich halt auch ab und zu mal gerne zur Mate greife. Warum auch nicht? Und wir haben normalerweise, wir sind uns eigentlich sehr einig, dass uns Club Mate am besten schmeckt. Jetzt kam ich irgendwann mal und habe Mate Mate ausprobiert. Die schmeckt tatsächlich, finde ich, fast noch ein bisschen besser. Die mag ich gerne. Und jetzt kam er an und hatte Rio Mate dabei. Die hat noch mehr Koffein, 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Schmeckt aber auch, gefällt mir nicht so gut vom Geschmack. Was ich richtig mochte, war die neue Fritz Mate. Die gibt es jetzt noch nicht so lange. Okay, da habe ich jetzt mal, die habe ich jetzt irgendwo gefunden bei Edeka. Genau, die hatten die im Regal. Da habe ich gedacht, dann nehme ich mal eine Flasche mit zum Probieren. Und das könnte meine neue Stammmate geben. Weiß ich aber noch nicht genau. Vielleicht steige ich auch um auf Mate Mate. Jedenfalls haben wir uns zusammen überlegt, als wir unsere Mate ein bisschen verkostet haben, die wir da hatten. Das, wenn alle Stricke reißen bei uns und gar nichts mehr funktioniert, wir ein Restaurant aufmachen würden und es gäbe eine Mate-Karte. So wie es in guten Restaurants eine Weinkarte gibt und wie Hipster in Berlin angeblich nach der Craft-Bier-Karte fragen, gäbe es bei uns eine Mate-Karte. Das wird ganz fantastisch. Ja, viel mehr als das habe ich tatsächlich gar nicht mehr zu erzählen heute. Das war erschreckend wenig am Ende, aber das kann ja auch mal sein und das kann ja auch mal ganz erfrischend sein. Es muss ja nicht immer die Stunde oder die halbe Stunde werden. Es reicht für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und bis bald. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und bis bald.